Herzlich Willkommen zur Jugendfeier des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg. Alle, die nach den Sternen greifen, sind Helden. Wir möchten euch bei diesem Schritt in ein neues, spannendes Kapitel eures Lebens begleiten. Ein Stück mit mehr Verantwortung und mit mehr Freiheit. Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden. Auch dir viel Kraft und Spaß bei diesen neuen Herausforderungen. Wir waren jung, wir waren wild, mutig und wir hatten keine Angst vor Fehlern. Deshalb haben wir als Kinder und Jugendliche so viel bewegt. So viel, wie wir es uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Ich wünsche euch viele spannende Momente und Herausforderungen in einem neuen, spannenden Lebensabschnitt. Bis zum nächsten Mal.